Deine Suchtetier. Ich mache ja so einen Behind-the-Scenes-Vlog. Das hier sind die Ninja-Schuhe, da ist irgendwie so ein bisschen Schimmel dran. Ganz bisschen. Ganz kleines bisschen. Halt auch nicht nur außen. Ja, also da drinnen auch. Es wird nicht mal scharf, weil das so ranzig ist. Ja, ich mache das jetzt ab und dann geht's filmlos. Robert will die halt jetzt anziehen. Mal gucken. Ja.